Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema elektrische Lenkradverriegelung. Viele der Probleme der Fahrzeuge können wir aus der Ferne lösen. Dafür schicken wir euch ein Kabel zu. Ihr braucht lediglich einen Laptop mit Internet und Windows und dann können wir von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen und bestimmte Komponenten kodieren, Updates machen, Diagnosen durchführen. Dieses Problem, das wir hier haben, ist sehr komplex und kann leider nicht einfach über eine Diagnose aus der Ferne gelöst werden. Die elektrische Lenkradverriegelung, dieses Problem wird jeden BMW betreffen, der eine elektrische Lenkradverriegelung hat. Früh oder später kommt man dazu. Das System besteht aus drei Komponenten. Einmal die elektrische Lenkradverriegelung, das ist dieses Teil, das Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre. Diese drei Komponenten arbeiten zusammen. Daher bringt es nichts, nur zum Beispiel die Längsäule zu tauschen oder die elektrische Lenkradverriegelung oder nur die Wegfahrsperre oder das Motorsteuergerät, denn die sind alle synchronisiert. Wenn ihr zum Beispiel nur die Wegfahrsperre tauscht, übernimmt er die Daten von den Motorsteuergerät, die nächst höheren Daten. Deswegen hatte BMW früher auch alles sehr transparent einem erklärt und hat gesagt, wir müssen Längsäule, Motorsteuergerät, Wegfahrsperre tauschen und dann liegt man preislich bei 3.000 bis 1.500 Euro. Mittlerweile arbeiten die etwas anders. Als erstes tauschen sie die Längsäule für ungefähr 1.000 Euro, bringt natürlich nichts. Danach geht es weiter mit Wegfahrsperre und Schlüssel und im Endeffekt enden wir bei Motorsteuergerät. Wenn man schon angefangen hat zu investieren, dann macht man natürlich weiter, bis das Problem gelöst ist. Deswegen, um einfach Klarheit zu erfahren, schaut in den Foren, was die Leute schreiben. Dann werdet ihr verstehen, dass man tatsächlich zwischen 3.000 bis 3.500 Euro investiert, um das Problem zu lösen. Und das Problem ist nicht für immer gelöst. Ihr habt nur ein Jahr Garantie und nach einem Jahr kann das wieder von vorne anfangen. Deswegen haben wir zwei Möglichkeiten, um das Problem zu beseitigen. Es funktioniert leider nicht, irgendwelche Fehlerziele zurückzusetzen oder Emulatoren einzubauen, so wie die hier. Diese ganzen Sachen könnt ihr gerne sozusagen probieren, aber die einzigen, denen es was bringt, sind die Verkäufer, die das halt im Endeffekt verkaufen. Wenn ihr sozusagen das Problem gelöst haben möchtet, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir modifizieren das System, so wie bei den neuen Fahrzeugen. Das heißt, dass die elektrische Lenkrefferierung ist nicht mehr funktionsfähig. Fahrzeug ist weiterhin sicher. Ihr könnt, die Wegfahrsperre ist aktiv, vom Motor steuert auch von der Wegfahrsperre an sich die Schlüssel. Alles ist genau wie gehabt, nur das ist so modifiziert, dass die elektrische Lenkreffer-Friegelung nicht mehr arbeitet. Der Vorteil ist, es kann nicht mehr kaputt gehen. Nie wieder werdet ihr ein Problem damit haben. Wenn ihr die elektrische Lenkreffer-Friegelung haben möchtet, ist das preislich das Gleiche. Wir überholen die elektrische Lenkreffer-Friegelung, machen sozusagen eine Instandsetzung von Motor steuert und von der Wegfahrsperre, schicken euch das zu und ihr habt ein Jahr Garantie. Nur ihr müsst verstehen, das Problem wird irgendwann wiederkommen. Und dann habt ihr natürlich, wenn es innerhalb von dem ein Jahr ist, ist es natürlich sozusagen Garantie. Aber nach zwei, nach drei, vier, fünf Jahren muss man natürlich investieren. Deswegen empfehlen wir lieber die Variante zu nehmen, wo das für immer gelöst ist, denn preislich ist man bei dem Gleichen. Wenn ihr zum Beispiel eine schwarze Wegfahrsperre habt, wird die in jedem Fall getauscht. Das heißt, die Wegfahrsperre wird von uns sowieso getauscht. Das Fahrzeug ist aber trotzdem voll funktionsfähig. Wegfahrsperren und so weiter sind alle aktiv und das Auto ist sicher. Habt ihr eine weiße Wegfahrsperre, wird die ebenfalls getauscht gegen eine schwarze. Das schwarze System ist die modifizierte Variante. Das heißt, ihr bekommt von der Wegfahrsperre die neueste Generation, die halt viele Fehler nicht mehr hat. Deswegen nicht wundern, wenn ihr eine weiße habt, bekommt ihr dann zwei zurückgeschickt. Einmal die alte weiße und die neue schwarze. Wenn ihr sozusagen die schwarze habt, dann bekommt ihr eine andere schwarze Wegfahrsperre. Ihr baut ein und alles ist komplett funktionsfähig. Ihr müsst nichts machen, ihr müsst nichts löschen, ihr müsst nichts kodieren. Ihr baut alles ein und es ist alles in Ordnung. Wenn die Längensäule bei euch versperrt ist, dann müsst ihr die ausbauen und uns zuschicken. Die auszubauen ist keine Raketenwissenschaften. Wir haben hier zwei Muttern und wir haben hier zwei Muttern und wir haben hier eine Befestigung. Das heißt, man kann die relativ einfach ausbauen. In der Regel braucht man vielleicht eine halbe Stunde maximal, wenn man das zum ersten Mal macht. Und wir brauchen natürlich das Motorsteuergit und die Wegfahrsperre und einen Schlüssel. Ist die Längensäule bei euch nicht verriegelt, dann könnt ihr die Längensäule bei euch behalten. Dann braucht ihr sie nicht mitschicken. Das heißt, die bleibt einfach dann entsprechend halt bei euch. Wenn ihr das so haben wollt, dass die Längensäule nicht in Zukunft verriegelt. Daher könnt ihr gucken, was da für euch am besten passt. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch oder per E-Mail. Wir werden für euch eine Lösung finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.